Letzte Woche habe ich euch versprochen, dass wir heute eine Propaganda-Anleitung bauen. Der Hintergrund war ein YouTube-Kommentar, dass wir die Propaganda ja anscheinend wunderbar beherrschen und jetzt selber anwenden. Dafür habe ich jetzt wirklich alle Kontakte, die wir bei RT Deutsch haben spielen lassen und Beistand von ganz oben angefordert. Der hohe Priester der Hauptstadtstudios nahm heute auf dem Berg der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten die zehn Gebote der Propaganda entgegen. Diese fünf Gebote wurden daraufhin dem Volk verkündet. Das erste Gebot. Du sollst das Bild verdüstern. Also im Grunde genommen ist das recht einfach. Wie das ursprüngliche Bild erstmal ausschaut, ist erstmal völlig egal. Ihr nehmt einfach jetzt das, was ihr gerade in der Schublade liegen habt, was ihr auf der Fassplatte drauf habt. Dann dreht ihr ein wenig an den Farben herum, Blauwerte hochschieben, Kontrast nochmal ein bisschen rein und das macht schon jede Menge aus. Und wenn ihr es jetzt richtig machen wollt, also so wie wir, dann dreht ihr neues Material. Wenn das Thema nicht genug hergibt, das Bild eher langweilig wirkt, dann verschärft die Situation einfach. Nehmt einen Monitor in so eine Art Kontrollraum, spitzt die Lage zu, ein Bild spricht da wirklich, macht aus einem Bild zwei und so weiter. Aber was erzähle ich euch? Ich habe da wirklich, ich habe jetzt mal was zusammengebaut und euch ein Beispiel produziert. So macht man ein eher langweiliges Bild spannend. Aber es geht ja weiter. Schaut mal, was der Ton alles machen kann. Können wir mal eine Randfahrt machen hier? Und wieder zurück. Stopp, wieder zurück. Genau. Seht ihr? Da bin ich jetzt schon wesentlich bedrohlicher. Also verdüstere den Ton. Im Notfall verdüstere Bild und Ton. Jetzt geht das Ganze natürlich schon in den fortgeschrittenen Bereich. Jetzt gilt es, Bild und Ton zu verknüpfen. Auch hier habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um ein anschauliches Beispiel zu bauen. Clip ab! Damit haben wir einen wichtigen Teil der Propaganda abgehakt. Aber das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Von oben wurde uns ja gesagt, fünf Gebote. Also, Gebot vier. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Sobald du quasi mal Fakten im Beitrag hast, mit denen du nicht wirklich zufrieden bist, leg sofort deine Meinung oder deine Interpretation drauf. Lass den Zuschauer erst gar nicht ins Rübeln kommen. Komplizierte Grafiken sollst du bauen. Ja klar, komplizierte Sachverhalte und vermeintliche Netzwerke kann man ganz groß in spannende Grafiken umsetzen. Lass der Fantasie wirklich freien Lauf. Lass die Grafiken in alle beliebigen Richtungen verlaufen. Nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Nach Norden, nach Westen, wo auch immer hin. Wo sie enden, ist dann völlig egal. Im Zweifel setzt hier einfach Punkte am Ende der Verzweigung. Wie so eine Art leeres Ziel. Hauptsache, es sieht nach einem Riesennetzwerk aus. Je komplizierter das Ganze ausschaut, am besten wie in einem James-Bond-Film, umso bedrohlicher wirkt das Ganze für den Zuschauer. Ich habe mal ganz schnell hier eine Grafik zusammengebaut. Ich hoffe, wir konnten eine Hilfestellung für euer nächstes Propagandaprojekt sein. Ich habe mein Versprechen gehalten. Solltet ihr jetzt noch Beschwerden, Fragen oder sonst was bezüglich unserer Propagandagebote oder überhaupt zur Sendung haben, ihr seht, wir haben jetzt ein Telefon, dritte Sendung, wir haben uns weiterentwickelt. Ihr könnt eure Beschwerden richten an 06131 70 12 161. Was ist denn das? 06131, das ist doch nicht Berlin. Mainz. Mainz, alles klar. Warum Mainz? Die Nummer vom ZDF. Achso, das sind die Kollegen vom ZDF. Das ist natürlich ein Fehler, Leute. Also Fehler, Anregungen, was auch immer, doch nicht per Telefon, sondern an 451 at rt-tv.de. Also ruft bloß nicht bei der 06131 70 12 161 an, um euch zu beschweren. Spaß weiß.